Einen wunderschönen guten Morgen liebe Zuschauer hier auf Facebook Live und später im aufgenommenen Video zu den täglich neuen Handelsideen präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Besprechung. Bevor wir loslegen an dieser Stelle zuallererst der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin ist mit Risiken verbunden. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das zum Risikohinweis wie immer vorab zum Webinar und damit können wir auch direkt starten. Und da starte ich auch heute mal mit einem kleinen Hinweis noch einmal. Den Blog-Eintrag von Tickmill finden Sie jeden Morgen so gegen 8 Uhr auf der Website von Tickmill. Die Internetadresse ist hier blog.tickmill.com.de. Also hier können Sie alle Handelsideen sehen, die wir für Sie vorbereiten, die ich jeden Morgen an Handelstagen für Sie auch schreibe. Natürlich die Linkung hier auch auf der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch und all diejenigen, die das Video hier über andere Kanäle schauen. Schauen Sie ruhig einmal vorbei auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Den können Sie auch abonnieren. Da verpassen Sie nichts und da finden Sie auf Tickmill die Playlists und in den Playlists sehen Sie entsprechend jedes Video, was wir hier aufzeichnen. Und insofern die Technik passt, sind die hier eingestellt. Das heißt hier ein Klick auf Ansehen und dann kommen Sie in die entsprechenden Marken bzw. Videos auch direkt hinein. Gut, so viel also dazu. Gehen wir nochmal zurück in den Blog. Im Blog sehen Sie auch die kleine Zusammenfassung von gestern. Wir hatten gestern wieder einen Tag, der war, naja, sage ich mal für Long-Investoren nicht ganz so schön. Warum? Die Bilder auf den Kurstafeln der Indizes bzw. auch vieler Rohstoffe zeigten Gen Süden. Das heißt, rote Kerzen, die Lage an den Märkten. Was ist hier gerade los? Es ist einfach eine Mischung aus politischen Themen. Wir haben die Reaktionen, die Marktreaktionen gesehen nach Kommentaren von Macron und Herrn Trump gestern Nachmittag zum Thema Iran. Wir haben aktuell die Situation, dass die Zinsen langsam wieder in ein interessantes Niveau ansteigen, wo einfach Gelder auch aus den Aktienmärkten abfließen in die Zinsmärkte. Wir hatten das im letzten Webinar am Freitag im Ausführlichen besprochen. Die Zinsen in den USA für die langlaufenden Staatsanleihen bzw. im Anleihsektor für den langlaufenden Anleihsektor sind schon wieder bei knapp 3% angekommen. Also das ist doch dann für viele Investoren auch ein Niveau, wo das Hinschauen zu den risikoloseren Anlagen auch interessant ist. Und von der Seite her geht der Weg dann halt an solchen Tagen in die entsprechenden Anlageklassen hinein. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer Bewegung an den Märkten. Und da schauen wir hin, wo sich der Handel auch lohnen kann. Und da habe ich heute für Sie den WTI vorbereitet. Eine Währung Austral-Dollar, Schweizer Franken und eine zweite Währung US-Dollar im Kan-Dollar. Das schauen wir uns jetzt mal direkt auch an. Aber bevor wir in die Charts hineingehen, schauen wir noch auf die Nachrichtenseite. Warum? Ganz klar, Nachrichten bewegen Kurse. Morgen, ja, da haben wir schon angekündigt, warten wir auf Nachrichtenseiten der EZB. Heute die Tagesnachrichten, naja, relativ dünn gesät. Das Wichtigste für Ölpreishändler, wir bekommen um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände in den USA. Wir haben eine Prognose mit einem Rückgang von 2.043 Millionen Barrel Öl. Vorige Woche war es hier etwas über den Daumen weniger als die Hälfte davon, beziehungsweise etwas mehr als die Hälfte von 1.071 Millionen Barrel war da der entsprechende Rückgang. Also hier nichts Dramatisches heute auf der Seite von Wirtschaftsnachrichten. Wichtig, der Ölpreis hier am Nachmittag. Und darauf blickend schauen wir uns den Chart vom Öl gleich einmal an. Wir haben hier den Tageschart vom Öl im System. Und da haben wir die Situation, wie es auch im Blogbeitrag beschrieben hatte. Wir haben hier einen schön nach oben gelaufenen Markt. Und wir haben jetzt hier im Bereich zwischen 68,75 und etwas über 69 US-Dollar für ein Fass der Sorte WTI. Einen Bereich, wo der Markt immer mal eingetaucht ist und dann wieder abverkauft hat. Wir hatten das jetzt 1, 2, 3, 4 Mal in diesen Bereich herein. Und wir hatten hier die erste Umkehrkerze sozusagen im Markt gehabt, die dann auch kurzfristig bestätigt wurde. Danach ging es wieder nach oben. Gestern hatten wir die zweite Umkehrkerze in diesem Bereich. Wir haben hier entsprechend mittlerweile fallende Hochkurse und wir haben hier fallende Tiefkurse. Das in Summe mal genommen ist ein Zeichen, was uns einfach anzeigen kann, okay, es könnte hier doch eine Korrektur anstehen. Man muss nicht, aber die Wahrscheinlichkeiten sind da. Weshalb ist das dieses Bild? Schauen Sie sich mal an. Wir hatten ein ähnliches Bild hier in diesem Bereich. Ich skizze Ihnen das mal ganz kurz ein. Hier schauen Sie, in diesem Bereich hatten wir eine ähnliche Situation. Wir haben hier oben dann einen Deckel drauf gehabt, wo der Markt immer wieder reingelaufen ist. Hier oben bei diesen Preisen um, was war das gewesen? Knapp 66,50. Der Markt lief ran, hat abverkauft, lief wieder ran, hat abverkauft. Das heißt, wir hatten hier auch leicht fallende Tiefkurse. Wir hatten hier leicht fallende Hochkurse in diesem Bereich. Danach kam es auch zu einer Korrektur im kurzfristigen Bereich von einer kurzen Erholung gefolgt. Dann noch einmal deutlicher. Das sind einfach Dinge, da muss man als kurzfristiger Investor auch drauf schauen, Marktakteur, was der Markt hier macht und dann halt die Handelsideen vom Prinzip her bringen. Also wir haben hier im Chart momentan, Sie sehen es auch selbst, eine Unterstützung im Bereich von 67,50 und 67. Was haben wir hier unten? 10 in diesem Bereich. Da ist der Markt schon mal runtergelaufen, wieder nach oben gelaufen. Also es kann durchaus sein, dass wir hier einen Abprall bekommen und der Markt wieder nach oben dreht. Das für das kurzfristige Trading immer auch im Hinterkopf haben. Die Zahlen heute Nachmittag. Auf der anderen Seite wird dieses Umkehrsignal auf Tagesbasis bestätigt. Dann kann es durchaus sein, dass vom Prinzip der Markt noch etwas tiefer fällt und wir dann entsprechend hier auf die nächsten Levels von 66,50 bzw. dann hier unten 65,87 US-Dollar für das Fass der Sorte WTI auch fallen. Das sind Szenarien, die können hier durchaus auch aufstehen oder entstehen. Schauen wir mal in den Stundenchart hinein. Da sehen wir momentan, ich skaliere das mal etwas kleiner für Sie, halt genau das gleiche Bild, was wir hier auf der Tagesbasis auch gesehen haben. Wir haben hier schön übergeordnet den aufwärts tendierenden Markt und Sie sehen es selbst, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt hier die Situation, wir haben eine erste Abwärtsbewegung gefolgt von einer Korrektur und wir haben es jetzt hier, schauen Sie, hier geht es nach unten und wenn wir dieses Level hier, diesen Widerstand bzw. diesen Unterstützungsbereich unterschreiten, dann haben wir hier einen größeren Abwärtstrend auch schon in der Stunde hier unten im großen Bild gesehen. Da wäre es dann die Situation, dass der Markt vom Prinzip her auch den etwas größeren Aufwärtstrend hier im Öl auch brechen würde. Das heißt, dann wäre es gegeben, dass der Markt doch tiefer nach unten korrigiert. Was passieren wird, wir werden es sehen. Auf alle Fälle sehen wir hier verschiedene Zeiteinheiten, die uns verschiedene Handelsmöglichkeiten hier im WTI auch geben. Wenn Sie übrigens dazu Fragen haben oder Ihren Wunschmarkt analysieren möchten oder lassen möchten, dann schreiben Sie ruhig direkt im Facebook-Chat Ihren Wunschtitel rein und wir schauen dann im Laufe des Webinars auch auf diesen Wert. Gut, gehen wir vom Öl in den nächsten Wert und zwar, was ich Ihnen hier als nächstes vorbereitet habe, ist das Währungspaar Austral-Dollar-Schweizer-Franken. Auch das ziehe ich Ihnen wieder in den Chart hinein. Einen ganz kurzen Augenblick Austral-Dollar-Schweizer-Franken. Hier ein Chart auch in einer interessanten Formation momentan zu finden. Worauf es mir ankommt, habe ich hier markiert. Einmal das große Bild vom Prinzip her, der große übergeordnete Trend hier in blau markiert, der uns seine Korrekturen und Bewegungen sehr schön in Trends auch anzeichnet. Das heißt, wir haben jetzt hier den Trend der Bewegung auf Tagesbasis auch sehr, sehr schön aufwärts gerichtet und innerhalb dieses Trends, Sie sehen es, haben wir in dem Korrekturbereich von etwas über 50% gestern eine Kerze gehabt, wo der Markt gesagt hat, okay, es könnte durchaus sein, dass wir jetzt umkehren mit Blick in den Stundenchart. Ist es dann natürlich wichtig, dass eine solche Kerze natürlich auch bestätigt wird. Das heißt, nur allein das Auftauchen dieses Signals heißt noch lange nicht jetzt hier long reingehen, sondern wir müssen natürlich erst warten, bis der Markt das Ganze spielt. Das heißt, wir brauchen hier natürlich steigende Kurs. Wir haben es gesehen, der Markt ist hier auch schon mal noch mal wieder ein Stückchen nach oben angestiegen. Aber wir würden in der Stunde beispielsweise hier auch die Situation sehen, dass wenn der Markt nach oben dreht, das heißt, wenn diese Umkehrkerze auch bestätigt wird, dass wir dann selbstverständlich einen aufwärts trendierenden Markt sehen. Wir hatten hier gestern schon leicht die Tendenz, dass der Markt nach oben gelaufen ist. Jetzt ist er wieder runtergelaufen. In der Stunde hat er jetzt vom Prinzip her hier unten eine Art Boden gebildet, um den Bereich, warten Sie sich Zeichen in den Boden mal ganz kurz ein. Hier ist ungefähr der Boden, den wir hier haben. Also ein Unterstützungsbereich um die Preismarke von 0,74,3 in diesem Szenario. Das heißt hier, wenn der Markt zur Stärke zurückkehrt und entsprechend dieses Umkehrmuster spielt, dann haben wir Anlaufpunkte. Aus jetziger Sicht natürlich erst einmal das Hoch hier der gestrigen Tageskerze von 0,74,579. Gefolgt dann entsprechend von den Hochs des Korrekturtrends. Also das, was wir hier im Kleinen in der Stunde im Untergeordneten sehen. Das wären dann entsprechend Anlaufpunkte auf dem Weg zum aktuellen Hoch hier oben hin. Also das heißt, wenn der Markt das Ganze spielt, ist das der Weg nach oben hin frei. Sollte allerdings der Markt hier weiter den Weg nach unten fortgehen. Dann, Sie sehen es auch selbst, der Markt könnte vom Prinzip her, wir sind erst im Bereich von etwas über 50% Korrektur, der Markt könnte natürlich weitaus tiefer noch korrigieren. Da haben wir dann natürlich im Chart nach unten hin auch noch einige Unterstützung liegen. Hier in dem Bereich bei 0,74,1,3,0. Wenn wir mal auf die Tageskerzen runtergehen, dann in diesem Bereich hier unten im Tagesschat natürlich hier unten die 0,73,3,75. Und mit Blick in den Stundenchat, wer da noch etwas mehr sehen möchte, weil die Tageskerzen hier nicht so viel hergeben, schauen Sie, da haben wir entsprechend hier die Korrektur Tiefs des aufwärtsgerichteten Trends. Und da können Sie auch die entsprechenden Marken finden, wo hier Haltepunkte auf dem Weg nach unten noch als Unterstützung genutzt werden können. Damit zum dritten Wert für die heutige Besprechung. Und zwar ist das der US-Dollar, Can-Dollar, auch wieder eine Währung, wo wir auch immer mal drauf schauen können. Und auch da, Sie sehen es schon im Chart auch eingezeichnet, ich skaliere den mal etwas größer, hatten wir als Trading-Idee die Tatsache, dass wir hier gestern erstmals eine Kerze gehabt haben, die in einer tiefen Korrektur eine Umkehr angedeutet hat. Aber Sie sehen auch hier mal live, dass sich eine solche Idee halt nicht immer sofort auch in die Praxis entsprechend umsetzen lässt. Weil wir brauchen natürlich entsprechend die Bestätigung dieses Musters. Das heißt, während hier diese Umkehrkerze im Markt halt ist, es ist auch eine Art von Doji-Kerze. Das heißt, es zeigt eine Unentschlossenheit der Händler hier an dieser Stelle. Und wenn diese Unentschlossenheit zu weiterfallenden Kursen führen würde, dann ist es natürlich so, dass der Markt hier nach unten laufen muss. Dass das Ganze dann zu sinkenden Preisen führt. Aber momentan spielt der Markt dieses Niveau nicht. Er verharrt momentan hier oben in diesem Bereich. Wir blicken auch hier noch einmal direkt in den Stundenchart. Und wir sehen hier vom Prinzip her momentan die Fortsetzung des noch bestehenden Aufwärtstrends. Wir sind also momentan gerade dabei, hier leicht über das aktuelle Hoch drüber zu steigen. Das heißt, hier impliziert der Markt momentan nicht das Signal von gestern, dass die unentschlossenen Marktteilnehmer anfangen zu verkaufen, sondern hier aus aktueller Sicht bleibt der Markt weiterhin in Richtung aufwärts bewegender Preise. Das heißt, hier ist der Markt noch da. Der Markt kann innerhalb seiner aufwärtsgerichteten Korrektur natürlich noch bis in diesen Bereich hier oben um die Kurse von, was haben wir hier oben, 1,29, 4,3,2 laufen. Das heißt, der übergeordnete Trend in der Korrektur ist weiterhin da. Und Sie können ohne Probleme auch innerhalb dieses bestehenden Aufwärtstrends entsprechende Handelssetups auch traden. Wohl wissend, dass wir übergeordnet hier den Markt eher von oben nach unten sehen. Das heißt, der übergeordnete Trend ist abwärtsgerichtet. Das muss man irgendwo immer im Kopf haben. Und dieser Aufwärtstrend ist auch schon ein relativ reifer Aufwärtstrend. Das heißt, hier kann es auch jederzeit zu Kursumkehren kommen. Und bitte in diesem Bereich auch immer die Nachrichten aus den entsprechenden Ländern auch im Kopf haben. Das heißt, hier die Nachrichten aus Kanada für die Wirtschaft, von der Zentralbank. Das sind alles Dinge, die wir hier auf alle Fälle auch mit brauchen. Also hier schaut es momentan so aus, dass das Signal, was hier gestern aufgetaucht ist, nicht bestätigt wird nach unten. Der Markt läuft ja aktuell noch weiter nach oben. Also hier den Fokus auf andere Werte entsprechend legen. Sie sehen, wie schnell das manchmal gehen kann, dass eine Vorbereitung entsprechend hier dann doch nicht umgesetzt wird und der Markt wieder rumdreht. Das sind wichtige Sachen. Wir werden sehen, was der Handelstag heute macht. Das kann also auch genauso gut sein, dass der Markt hier oben in diesem Bereich dann plötzlich rumdreht und diesen Aufwärtstrend bricht. Wir werden es entsprechend sehen. Auf alle Fälle nach unten hin sind die Unterstützungen dann im Markt bei 1,27, 4,3,7, 1,26, 7,5 und 1,25, 8,4,4. Das sind die Marken nach unten. Und je weiter die Korrektur nach oben läuft, ja klar, wenn der Markt dann irgendwann rumdreht, je mehr können wir natürlich nach unten verdienen. Aber es ist auch so, je weiter der Markt nach oben läuft, je größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch stark bleibt, das Level hier oben brechen kann. Deshalb schauen wir einfach auf den Markt, was er tut. In diesem Sinne bin ich für heute mit der Besprechung der einzelnen Handelsideen durch. Ich sehe im Chat auf Facebook momentan auch keine Fragen. An der Stelle verabschiede ich mich für heute bis morgen im Blog und dann um 9 Uhr an gleicher Stelle, wenn Sie mögen, hier direkt live auf Facebook und dann natürlich im Nachgang auch auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Bis dahin eine gute Zeit, gute Trades und bleiben Sie gesund.